Wie sieht die Koordinatenform einer ebenen normalen Vektor ABC ist? So, wie sieht die aus? Da können Sie Teile der Koordinatenform sagen. A mal X1 plus BX2 plus CX3. So sieht der Anfang der Koordinatenform aus, aber dann kommt noch ein Istgleich dahinter. Und da schreibe ich immer Istgleich E. Warum ich das D nicht nehme, das sehen Sie wahrscheinlich zur Zeit noch nicht. Das liegt daran, dass D auch als Abstand interpretiert werden kann. Ich weiß, E kann auch als Euler'sche Zahl interpretiert werden, aber in der Geometrie ist die Euler'sche Zahl relativ weit weg. Bitte weiter vorlesen. Ein normaler Vektor der Ebene steht als... Das ist so irgendwie als Zeile oder als Vorfaktor und als Zeile. Ich habe es an Anführungszeichen geschrieben. Weiter. Vor den X. Ja, das ist also, wie gesagt, die Spalte wird zur Zeile. So interpretiere ich das. Bitte weiter vorlesen. Rechnen Sie die Koordinatenform, Koordinatengleichung von Vektor X minus 2, 1 minus 2 mal 1, 2, 2 gleich mal. So, das ist also eine, die Punktnormalenform einer Ebene und aus der sollen Sie eine Koordinatenform machen. So, das heißt, jetzt müssen Sie das irgendwie schreiben als X1, X2, X3. Und welche Vorfaktoren stehen vor X1, X2 und X3? Ja, bitte. Tatsächlich. Ich mache das mal mit einer anderen Farbe. Also, hier steht die 1, 2, 2, 1, 2, 2. Das sind die Vorfaktoren. Da müssen Sie überall Plus dazwischen schreiben. So, ist gleich. Und jetzt ist die Frage, was steht hier hinten? Welcher Punkt liegt denn sicher in der Ebene? Einen Punkt der Ebene kennen wir. Welcher Punkt liegt da sicher drin? Ja. 2, 1 minus 2. Das heißt, wenn ich diesen Punkt einsetze, dann muss ja diese Gleichung erfüllt sein. Also setze ich den Punkt doch einfach ein. Dann kriege ich 1 mal 2 plus 2 mal 1 plus 2 mal minus 2. So, und das ist die Zahl. Ich habe ja gesagt, vorne steht ein Term, hinten eine Zahl. So, wenn Sie die Zahl ausrechnen, was kommt da raus? Ja, also das ist 0. Die Koordinaten von der Ebene ist also x1 plus 2x2 plus 2x3 gleich 0. Und tatsächlich gibt es einen Punkt, den Sie sofort sehen sollten, der hier auf dieser Ebene liegt. Welcher Punkt liegt sicher in dieser Ebene? Außer dem Punkt 2, 1, minus 2. Den gehe ich nicht ab. Ja, da gibt es aber nochmal einen, der da drin ist. Für Ursprung. Ja, warum liegt denn der Ursprung sicher in der Ebene? Warum liegt der sicher drin? Ja, man kann für x1, x2 nicht gleich 0 einsetzen und das stimmt immer. Ja, genau. Und da kommt nämlich 0 raus. Das bedeutet, wenn Sie die Koordinatenform einer Ebene haben und da kommt am Ende ist gleich 0 raus, dann liegt der Ursprung sicher in der Ebene. Wenn da aber etwas rauskommt, was ungleich 0 ist, liegt der Ursprung sicher nicht in der Ebene. Fragen zu der Aufgabe? Sie sind so raus. Und dann kommen Sie ja auch. Ja, wie ist das erste Infektionen조ah. Vielen Dank. Vielen Dank.